Call of Duty Modern Warfare verkauft sich wie geschnitten Brot, hat gute Testwertungen eingefahren und trotzdem gibt es alle paar Tage einen neuen Patch. Heißt das, dass das Spiel große Probleme hat oder ist das einfach nur der Normalzustand eines lebendigen Multiplayer-lastigen Spiels? Mein Kollege Philipp Elstner kann uns das erklären, denn wir reden über die fünf großen Baustellen von Modern Warfare. Hallo Phil. Genau, hi Fritz. Bevor wir ins Detail gehen um diese fünf Punkte, an denen gearbeitet werden muss, ganz allgemein, ist das Spiel irgendwie in einem komisch schlechten Zustand oder sind wir wirklich in dieser Situation, naja, das ist jetzt raus, es lebt, es wird durch die Erfahrung der Spieler beeinflusst, also reagieren die Entwickler? Wie muss man es einholen? Also es ist kein schlechtes Spiel, das muss man erstmal so ganz klar festhalten und schon seit Release, also in dieser Version 1.0 oder dieser Launch-Fassung war einfach Modern Warfare ein relativ rundes Gesamtpaket. Der Gameplay-Loop im Multiplayer hat super funktioniert und man konnte da wirklich viel Spaß dran haben. Es gab aber einfach Stolpersteine und gibt auch jetzt noch Stolpersteine, über die wir jetzt eben reden wollen, die ab und zu einfach zu Frust führen können. Und auf der anderen Seite ist es so, wie du gesagt hast, es ist auch in gewisser Weise ein Live-Service-Spiel, muss man so sagen. Es bekommt eben neuen Content-Updates und diese Spiele leben halt heutzutage einfach auch von regelmäßigen Patches. Das ist einfach heutzutage so und abgesehen davon, dass mit den Patches Fehler behoben werden, kommt ja auch jetzt schon neuer Content nach oder kam schon nach. Insofern ist es nicht so, dass man sagen kann, nur weil oft Updates kommen, ist es ein schlechtes Spiel. Dann gehen wir aber jetzt mal ins Detail. Fünf Sachen haben wir rausgesucht, fünf Probleme oder Baustellen, die man wirklich beim Modern Warfare benennen kann. Und wir fangen bei der größten Neuerung des Spiels an, nämlich beim Ground-War-Modus. Das ist dieser 64-Spieler-Modus mit Fahrzeugen und so? Genau. Das ist dieser riesige Modus, den sie, ja, man kann sagen, Infinity Ward oder Activision hatte den zwar nicht als Battlefield-Konkurrenz ins Feld geschickt, aber es kam immer so rüber. Und klar, die Ähnlichkeit ist ja frappierend. 64 Spieler, Fahrzeuge, Helikopter und riesige Maps, also die größten Maps, die Call of Duty im Multiplayer hatte, abgesehen von Battle Royale. Und es funktioniert einfach nicht gut. Man muss wirklich sagen, dieser Modus, der ist wahrscheinlich der schwächste Teil des Multiplayers, einfach weil er unglaublich chaotisch ist und ganz viele von diesen inhärenten Systemen von Call of Duty an ihre Grenzen bringt. Und da merkt man dann wieder, wenn man zurückgeht als Battlefield-Spieler zu zum Beispiel einem Battlefield V, wie geordnet und strukturiert und durchdacht eigentlich alles ist. Gut, Battlefield hat ja jetzt auch ein paar Jahre zum Üben gehabt, so ist nicht und ist nicht unterwegs ohne Stolper rein ausgekommen. Was wären denn die Punkte, die bei Ground War bearbeitet werden müssten? Du hattest mir in den Nutrizen zum Beispiel aufgeschrieben, weniger vertikales Gameplay. Die Maps müssten dementsprechend überarbeitet werden. Was heißt das im Konkreten? Die beiden Maps, mit denen Ground War gelauncht ist, hatten sehr viele hohe Stockwerke, also sehr viele Gebäude, wo du in mehreren Stockwerken kämpfen konntest, die dann auch miteinander verbunden waren und es war alles sehr verwinkelt und du konntest von unterschiedlichen Ebenen beschossen werden und wirst auch die ganze Zeit von Winkeln gekillt, wo du dir denkst, hä, da ist einer auf dem Dach im vierten Stock am Boden. Du hast überhaupt keine Übersicht mehr, wo irgendwie eine Frontlinie verlaufen könnte. Auch nur der Ansatz einer Ahnung, wie die Gegnerverteilung gerade aussieht, ist ganz, ganz schwierig und das ist eben auch ein Punkt, der diesen Modus ganz viel Übersicht nimmt. Übersicht ist das, was Ground War am meisten fehlt und deswegen ist das Prinzip, was jetzt mit der letzten Map, nämlich Krofnik Farmland, die mit dem letzten Update dazu gekommen ist, war schon ein Schritt in die richtige Richtung, weil diese Map sehr geerdet ist in dem Sinne, dass du eben nicht einen Wolkenkratzer hast, wo vom zigsten Stockwerk auf dich geschossen wird oder wo irgendwelche verwinkelten Sachen sind, wo du sagst, okay, da könnten sich Gegner verstecken und du hast überhaupt keine Ahnung, wo die Sichtlinien verlaufen. Das heißt, diese Maps, die müssen klarer strukturiert sein und diese neue Karte, die Farmlandskarte, die geht da schon quasi einen Schritt in die richtige Richtung. Die Launchmaps hatten da riesige Probleme und generell ist halt Übersicht, wie gesagt, ist das, was Ground War am meisten fehlt und da kommt zum Beispiel auch das Hut ins Spiel. Du hast ja jetzt die Gegnererkennung in Modern Warfare nicht mehr standardmäßig in der Minimap, weil die gar keine roten Punkte anzeigt eigentlich, sondern über den Kompass. Das heißt, du siehst, aus welcher Richtung schießt jemand, weil ein roter Punkt aufleuchtet. Nur bei 64 Spielern leuchtet halt der ganze verdammte Kompass komplett rot die ganze Zeit und dieses Tool kommt an seine Grenzen. Es ist nicht ausgelegt für diese Spielerzahlen. Und durch dieses Chaos kommt man, zumindest ich als Battlefield-Spieler, komme dann immer wieder an den Punkt, wo ich sage, es ist wie Battlefield in seiner chaotischsten, konfusesten Version sein könnte. Okay, ziemlich klare Ansage, was sie da machen müssen. Aber du sagst ja schon, es geht schon ein bisschen in die Richtung mit der neuen, mit der Farmlandkarte. Also sind sich dieser Probleme bewusst? Haben sie da schon weitere Ankündigungen gemacht, was da noch passieren soll? Ich weiß nicht, ob sie die Karten wirklich umbauen werden. Das ist wahrscheinlich ein riesiger Aufwand. Dazu haben sie noch nichts gesagt. Wenn aber neue Karten kommen, was wahrscheinlich der Fall sein wird, weil jetzt schon eben die erste zusätzliche Groundwork-Karte ja erschienen ist, dann werden sie eher in diese Richtung gehen, diese Kämpfe am Boden zu behalten und übersichtlicher zu machen, weil sie sind sich natürlich der Problematik bewusst, dass da so totales Chaos herrscht. Die andere Frage, die sich viele Fans stellen, ist, ob die Killstreaks aus dem Modus gestrichen werden. Die funktionieren nämlich bei 64 Spielern auch nicht, weil gefühlt alle zwei Minuten jemand eine Cruise Missile und einen Hubschrauber und dann noch ein Kampfflugzeug startet. Und auch da, das ist was. Man merkt das, das ist auf sechs gegen sechs oder zehn gegen zehn ausgelegt, aber ganz sicher nicht auf 32 gegen 32. Okay, also da wissen Sie zumindest, welche Stellschrauben Sie drehen müssen. Punkt Nummer zwei, Baustelle Spawns. Unfaire Spawnsituationen gibt es noch zu viele. Wie genau? Also was ist da unfair? Genau, also was oft passiert und das hängt auch stark vom Modus ab, hängt auch stark von der Map ab. Was oft passieren kann, ist, dass du in der Nähe von einem Gegner spawnst oder noch schlimmer, kommt auch vor, in der Sichtlinie von dem Gegner. Das heißt, du spawnst, der sieht direkt, dass du spawnst. Das sieht unschön aus, aber was noch viel schlimmer ist, erschießt dich natürlich sofort. Oder du spawnst auf einer scharfen Granate und fliegst im nächsten Moment in die Luft. Und das ist was, was ich auch schon im Test auf Gamestar.de bemängelt habe. Ein Entwickler, der so viel Erfahrung hat im Multiplay-Bereich, dem darf sowas eigentlich nicht passieren. Spawns sind einfach was, was irrsinnig wichtig ist und was sehr viel Feintuning und Feingefühl braucht. Und die Spawns waren suboptimal in dem Zustand, wie sie bei Release waren. Haben sie da mit den ersten Patches schon irgendwas machen können? Genau. Also sie müssen jetzt, und das wissen sie auch, und das machen sie auch, Map für Map durchgehen, weil man kann nicht Spawns generell mit einem Tweak oder einfach, indem sie einen Parameter ändern, wieder hinkriegen, sondern sie müssen gucken, was ist bei jeder Map das eigentliche Problem. Und die problematischste Map war Piccadilly Circus. Da sind wir auch regelmäßig wirklich in die Ecke gedrängt worden. Also unser Spawn ist immer weiter zurückgerutscht und irgendwann haben die Gegner uns nur noch an eine Wand gefahren und du hattest keine Möglichkeit mehr, da rauszukommen. Deswegen haben sie diese Map jetzt auch zuerst in Angriff genommen und da schon die Spawns verändert. Das funktioniert jetzt auch schon besser. Und jetzt wird es halt so ein bisschen eine Reise. Jetzt müssen sie halt jeden Modus und jede Map einzeln durchgehen. Das packen sie jetzt langsam an. Deswegen auch die hohe Frequenz dieser Patches, um dann nach und nach eine bessere Balance hinzubekommen. Und klar fangen sie dann natürlich bei den größten Baustellen an und das war jetzt Piccadilly Circus zum Beispiel. Dauerbaustelle in Shootern ist natürlich Waffenbalancing. Deshalb haben wir es hier auch als dritten Punkt. Gibt es da überhaupt Licht am Ende des Tunnels? Waffenbalancing ist da wirklich was, da kann man noch nie fertig werden mit, oder? Ja, also generell muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Eine perfekte Waffenbalance gibt es nicht. Das kann kein Multiplayer-Shooter haben. Trotzdem hat man bei Modern Warfare relativ schnell nach Release gesehen, dass es zwei Sachen gab oder drei Sachen, die die Leute immer dabei hatten. Und das waren Claymores, diese ganz berühmt-berüchtigte 7.25-Shotgun und die M4. Gefühlt sind die Hälfte der Leute mit diesem Kit rumgerannt. Also es gab eigentlich keine Alternative. Wenn du eine hohe KD wolltest, dann hast du diese drei Sachen ausgerüstet. Und das Schöne ist, dass durch diese hohe Patchfrequenz das jetzt schon sehr, sehr stark in Angriff genommen wurde. Also es gab zweimal Nerfs für die M4, zweimal Nerfs für die Shotgun, die Claymores wurden viel weniger tödlich. Und sie sind da auf einem guten Weg. Sie kennen die Probleme, aber sie wollen sich langsam rantasten. Deswegen auch häufigeren Nerfs, die aber nicht so stark sind, dass du die Waffe nicht gleich von overpowered in den Keller runternerfst und sie dann keiner mehr braucht, sondern sie gehen quasi so stückweit. Und sie sagen immer, wir schwächen es ein bisschen ab. Wie ist es jetzt? Okay, ich schwächen es noch ein bisschen ab. Wie ist es jetzt? Und so ergibt sich quasi eine bessere Balance dadurch, dass sie vorsichtiges Feintuning betreiben, aber in einer höheren Frequenz. Und jetzt werden auch hoffentlich bald die Memes aufhören, wie Leute in Claymores reinlaufen, weil es war wirklich bodenlos. Alles klar. Dann ist der Spec Ops-Modus wieder zurückgekommen mit dem Modern Warfare-Teil und da fehlen unter anderem Missionen. Genau. Also es gibt ja zwei Missionsarten in diesem Spec Ops-Modus, nämlich diese kurzen Missionen, die quasi in einem Level stattfinden, die auch sehr linear verlaufen, sage ich jetzt mal. Und es gibt diese großen Operations, die finden auf den großen Maps statt. Die sind eher so Sandbox-artig. Und bei den Missionen, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist. Bisher hat sich Infinity Ward dazu gar nicht geäußert. Gibt es nur eine. Und versprochen hatten sie mehrere Missions. Also da war die Rede davon. Ach tatsächlich, wenn man da dieses Private Match aufmacht, diese eine Karte, wo in der Kampagne diese Sniper-Mission ist. Genau. Mehr kommt da nicht. Mehr kommt dann nicht mehr. Das heißt, du lädst immer wieder in die neue Mission. Das könnte ein Bug sein. Das könnte sein, dass die aus irgendeinem Grund nicht aktiviert sind. Auf jeden Fall ist es natürlich was, wo die Leute fragen, sag mal, was ist denn mit den anderen Missions? Können wir die vielleicht jetzt mal spielen oder so? Da muss was kommen. Und generell muss ich auch sagen, waren wir jetzt in der Gruppe, wir haben es in der Redaktion viel, diese Operations gespielt im Koop. Da waren wir generell ein bisschen unterwältigt, muss ich sagen. Da lag es an ganz unterschiedlichen Sachen. Aber mit diesen Glanzzeiten von Spec Ops aus Modern Warfare 2 und so weiter hat das eigentlich nicht so viel zu tun. Warum nicht? Also zum einen fehlt es da komplett an der Inszenierung. Die Operations haben überhaupt keine atmosphärischen Story-Momente. Die haben keine Skriptsequenzen, keine Ereignisse, wo du sagst, boah, und jetzt kommen die durchs Fenster oder sonst was. Das Höchste der Gefühle ist, dass ein Hubschrauber noch mehr Feinde bringt. Und die Feinde sind irgendwann auch mehr oder weniger belanglos. Sie sind zwar immer bedrohlich, aber nur, weil sie einfach in Masse kommen. Also es sind einfach Horden von gesichtslosen Bots. Und man hat das Gefühl, man schießt sich auch so ein bisschen durch ein Bot-Match. Es hat nicht viel Atmosphäre. Die Missionsziele sind mittelmäßig interessant. Hack dieses Terminal, dann verteidige diese Position. Und umso mehr stechen dann so Momente raus, wo du sagst, das ist jetzt wieder cool. Da stürmst du ein Flugzeug, gehst durch diesen Korridor und das erinnert dich ganz stark an diese alte Modern Warfare-Mission, wo du auch durch diesen Flugzeugkorridor und dann Geiseln befreist und so. Und da fragt man sich dann, wo sind denn diese Momente? Da muss doch viel mehr kommen in diese Richtung. Bin der Überzeugung, dass da Missionen umgebaut werden müssen, dass diese Operations, die müssen anders gestaltet werden oder es müssen neue dazukommen, zumindest die mehr von ihrer Inszenierung leben. Gibt es denn da irgendeine Ansage in die Richtung, was mit dem ganzen Spec Ops-Modus passiert? Es wurde auf jeden Fall versprochen, dass Spec Ops weiterleben soll, dass das ausgebaut wird. Bisher gab es keine Pläne konkret oder keinen Roadmap-Fahrplan, was genau kommt. Okay. Das klingt eher nicht so gut. Insofern stehen wir jetzt erstmal da mit dem, was wir haben. Und das, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt das, was man daraus hätte machen können. Da ist so viel Potenzial drin und ich finde, das muss weiterentwickelt werden. Dann kommen wir zum letzten Punkt und das sind die technischen Probleme, die es wohl immer noch gibt. Die es immer weniger gibt, aber die immer noch da sind. Und das ist auch was, weswegen wir im Test auf der GameStar.de ein bisschen abgewertet haben, weil wir einfach gesagt haben, okay, das ist spielbar und die Abstürze halten sich in Grenzen. Es gibt trotzdem noch Crashes auf manchen Rechner-Konfigurationen. Aber allein die Tatsache, dass wir in den ersten Wochen permanent diese Shader nachinstallieren mussten, dass jedes Mal, wenn wir ins Menü gekommen sind, fing es wieder bei 0% an und dann mussten alle warten. Es war unglaublich nervig und erst jetzt wurde das langsam rausgepatcht. Manche Leute haben es immer noch, dass sie jedes Mal im Menü warten müssen, bis irgendwelche Shader im Hintergrund stattgefunden haben. Dann hast du immer noch ein bisschen Mikro-Ruckler auf manchen Rechnern, auch beim Spawnen gerade, wenn die Kamera von dieser hohen Perspektive so ins Spielgeschehen reinzoomt, dass du manchmal krasse Frame-Dips hast in diesen Momenten. Oder das, was uns in der Redaktion unglaublich nervt, wenn wir zusammenspielen, dass ab und zu Teamspeak aussetzt, weil Modern Warfare so stark die Festplatte in Anspruch nimmt, dass da keine anderen Prozesse mehr laufen können für kurze Zeit. Und dann hören wir uns einfach für ein paar Sekunden nicht. Und solche Sachen, die sind unglaublich nervig, aber sie machen das Spiel nicht kaputt. Man kann trotzdem mit Modern Warfare viel Spaß haben, finde ich und finden wir und wir spielen es ja auch weiter. Aber diese Technik-Dinge, da müssen sie weiter dranbleiben. Die Patches haben jetzt einige Absturzursachen behoben und so weiter. Es läuft jetzt auch runter. Aber gerade solche Sachen wie eben diese gnadenlose Festplatten-Auslastung, wenn man keine SSD hat, da ist noch Performance-Optimierung nötig. Also es muss passieren. Ja, also da haben die Entwickler noch ein bisschen was zu tun. Das war ein kleiner Überblick über die Baustelle Modern Warfare, die jetzt kein totaler Reinfall ist, aber die einfach tatsächlich immer noch eine Baustelle ist. Phil, vielen Dank für die Einschätzung. Sehr gerne, Fritz. Und für euch gerne, schreibt in die Kommentare, wie eure Erfahrungen bislang sind, was vielleicht eure größten Probleme bislang sind oder was ihr meint, was die größten Baustellen vom Live-Spiel Modern Warfare sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.